Er hat zwar noch Urlaub vom Fußball, doch beim Benefiz-Golfturnier von Young Wings durfte Thomas Müller am Freitag nicht fehlen. Vor zwei Jahren war ja auch schon mal das Programm, da habe ich mich noch nicht getraut ins Rampenlicht. Da war mein Golfspiel einfach noch zu schwach, aber ich glaube, dieses Jahr geht was. Ich bin gut vorbereitet, meine guten Schläge, die sind sehr gut. Es gilt bloß, die schlechten zu vermeiden. Der Young Wings-Botschafter hat das Golfspielen geübt, um sein Herzensprojekt zu unterstützen. Eine Online-Beratungsstelle für trauernde und traumatisierte Kinder und Jugendliche. Nun muss ein Ort geschaffen werden, an dem sich die Kinder treffen können. Wir brauchen ein Grundstück, alles andere ist schon präpariert. 1000 Quadratmeter soll es haben. Ja, das ist die Botschaft. Ein Grundstück in München mit 1000 Quadratmetern. Dann können wir den Kindern eben und der Stiftung ein Zuhause geben. Golfspielen für den guten Zweck. Mit dabei war auch Fußballkollege Philipp Lahm. Den beiden Bayern-Stars machte das Golfspielen sichtlich Spaß. Wolfspielen für die Trieste, unseren Gesellschaft, die es gab mit 1000 Quadratmetern, die wir in der ficar, die drei Stärken abgerufen haben. Wir brauchen die K Земchen. Und wir brauchen die Kohlendel. Wir brauchen die Kohlendel. Mit dabei ist das Götetat, die wir nicht gutけど wir ihn am Herzen. Vielen Dank.